so hallo leute es geht weiter mit um mit der loben und zwar aktien die zion partnummer 5 ich laufen die wiese und krieg sofort das macht mir jetzt mal nichts aus okay diesmal über teamspeak diesmal reden über teamspeak weil das ist ein bisschen besser funktioniert als Prozent zählt besser man hört dann noch das Konnekt oder Konnektur und ich als umklicken das ganz praktisch so es kann passieren das sind andere Leute reinreden wenn sie in Zauberkommission erst mal kurz Minuten aber dann sind die auch wir haben zuhörer der kann ich sagen aber gehört uns aber ich habe auch was in der Nähe von Bob der wird zu gut wenn ich irgendwelche Fragen beantworte dann beantworte ich die Fragen von dem Typ okay schreibt sie ihm am besten er hört uns freut mich zu schreiben ja aber sonst laberst du als in dem Video rum ich kann aber nicht schreiben ja dann nenn dich halt um sag nicht du weißt nicht wie es geht doch mit mit Namen ein Nickname steht da die heißen aber wir haben ein Nickname ist zu das ist das ist ein Ausdruck der ist kommunikalisch korrekt ja die gibt es die da und du die so sagt nichts ich bin ich bekloppt ja oh mein Gott ich glaube erst mal wieder in die falsche Richtung aber das der Eilers was sind das ist ein Panikon schwul sieht auch aus entwickelt sich in den Schmetterleben was spult ja klub 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 trotzdem er kann nur die verkehrten und die machte keinen Schaden mehr aber trotzdem hier beiden schon gelb hier der Bildspiel vor wo wurde besiegt nach dem ich die Wiese gekommen weil fertig so ich habe ich kann immer nicht sehen also ein paar Heiler gefunden und aus der Wiese raus da habe ich Angst das war doch mal ein Gegner kein einziges zu finden hallo du hast nicht zufällig jemanden haben die Knilz hier gesehen ich liebe dieses Pokémon ich wollte ich eigentlich aus der Hinterhalt angreifen aber weil du trödelst wohl auch ein der von den bösen Team das sind die Bösen in dem Spiel die muss immer fertig machen Hattacke die Böse von einem Träner oder du musst den bitte helfen das macht eigentlich niemand klar los kämpft gegen mich das sind wohl sich dass der Lose so ist die Böse ein Böse gegen einen guten so so ja ein Film vor Ort hat uns abonniert abonniert gut gemacht die Reihe wir essen auf YouTube Sachen Prozent das hat man sagen Jan PPP4 Aha Ist ja interessant, also Jan PPP4, danke für dein Abo So Hast ihm unseren YouTube-Channel gesagt Hm? Hinterrücks So, 105 EP gab das jetzt Level 13 sind wir Ja So Spielebesieg Team Aqua Rüpel Team Aqua Sie sind ja böse 180 Euro Ich muss auch kurz weg, Job Jago ist AFK So Für heute lasse ich dich gehen Puh, Zauber, mehr als knapp Dann geht hier Bla 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 Gut, ich muss jetzt weg Meine Mutter helfen Jago ist weg Ich nehme weiter auf Wir sind im Part 5 Hab ich schon gesagt Und ähm Ich schaff das auch so So Ah Ein Mensch Oh, Alter, macht dein Mikrofon aus, ey Du Du Ein wildes Wumpel erscheint Los, wir dran toren Ja Ja Quack Gefällt mir wirklich Muss ich sagen Och Mist, komm, hätte doch mal einmal volle Kanne gehen können Oh, er hat uns Schaden gemacht Ich bin erstaunt Und Der ist weg Tschüss Raumpel Ich glaube ich höre mich zweimal Ja, das hört ihr jetzt auch wahrscheinlich Dann mach ich einmal Moment Und Mikrofon muted So Habe ich mich mal eben ausgemacht auf Dingens Jago ist jetzt eh weg Ey, da piept's rum Alter, jetzt rechts Disconnected Tschüss Das war TeamSpeak Ein Ninkada So Mal gucken, ob das gegen den was bringt Mal hoffen Oh, ja Das ist sehr effektiv Ich habe momentan auch noch keine Ahnung, wie viele Parts das ganze Projekt umschließt Ich habe gesehen, es gibt Äh, ja, genau Ich klicke auf Tausch Ähm Wie viele Parts das jetzt sind Ich habe gesehen, es gibt sehr viele Leute, die das halt schon gespielt haben Und da sind halt mehr als 90 Parts Und, ja Ich hoffe, es sind bei mir nicht ganz so viele Aber irgendwie funktioniert das mit dem Speed noch nicht so ganz wie es will Daher Kann es sein, dass es nicht klappt Es wird vielleicht längerfristig auch ein Nebenprojekt dann Wenn ich dann noch irgendwas anderes starte So Was haben wir gefunden? Ein Eitor Ein Eitor So Wir gehen aus dem Wald wieder raus In die Stadt namens Äh, nee, Route 104 ist nicht die Stadt Hey, da oben ist was So So Ein Trank Ach, das ist gut, das passt sehr gut Wir brauchen immer wieder Trank Wobei in der Stadt gibt es ja auch wieder ein Ohhhh Hilfe Ein, ähm Focus Center Und Ein Ein wildes Marill Sollte ich mir das fangen? Ich glaube nicht Sieht auch kacke aus Ach, Mist, das ist mal schön, da sind mal wieder so einer So Tackle Jetzt aber Mal gucken, ob wir es noch bis zur Stadt schaffen Ansonsten nehme ich noch einen Trank zwischendurch Ähm, jo Nein Okay, noch ein Kampf Eine Menge Geld Mal gucken, wie viel Geld er jetzt hat Letztendlich Ne, sie Ne, das ist ein Typ Das ist ein Typ So Dann nehmen wir mal Mal Ein Trank So Ähm, auch für Tranto Genau Es kann weitergehen Aquaknarre Biip Das war ganz schön effektiv Naja Nicht ganz so extrem Aber Ausreichend So Und weg ist es Zickzacks Zickzacks Zickdacks Schnöse 1400 Oh, der hatte wirklich viel Geld dabei So So, Trank haben wir ja jetzt genommen Dann Das können wir uns noch nicht holen, weil wir noch keinen Zerschneider haben Okay Och, nein Ein Zwillinge Jetzt kommt's Ah, ein Doppelkamm Wollen wir doch mal sehen Ein T-Walls-Männchen Und ein Samurzel Und ein Luturzel Ach, Aquaknarre Was ist jetzt hier? Ich will was sehen Ja, manchmal reagieren die Tasten nicht, habe ich das Gefühl Achso, ja, super Ich will Ich will Ich will Ich will Ich will